Musik Hallo und herzlich willkommen zum Bookstudio. Es wird so richtig heiß in der italienischen Eishockey-Meisterschaft, sowohl in der Serie A als auch in der zweiten Liga. Und wir beginnen gleich mit der ersten Liga und zwar mit dem ersten Halbfinale zwischen dem Rekordmeister, dem HC Bozen und dem amtierenden Italienmeister Asiago. Die Bozener führten ja vor dem Spiel am Samstag mit 2 zu 1 Siegen. Am Samstag 4000 Zuschauer in der Bozener Eiswelle. Auch wir waren mit dabei. Für uns berichtet Kurt Latter. Der HC Bozen ist nur noch einen Sieg vom Finale entfernt. Im vierten Halbfinalspiel feierte der HC Bozen gegen Titelverteidiger HC Asiago einen klaren 6 zu 1 Sieg und kann bereits morgen Abend das Final-Ticket lösen. Bozens Trainer Adolf Ginsam musste ohne Christian Borgatello und Nick Mazzolini auskommen, während bei den Gästen die Stürmer Dave Borelli, Matteo Tesari und Mirko Presti fehlten. Nach einem ersten Abtasten gingen die Weissroten bei der ersten Überzahl-Situation in Führung. Der finnische Verteidiger Samuli Suchonen zog von halblinks ab und Marco Insam gab dem Buk aus kurzer Distanz die entscheidende Richtungsänderung. Nach 5 Minuten und 22 Sekunden führten die Hausherren bereits mit 1 zu 0 und John Vigilante konnte von der Strafbank wieder aufs Eis zurückkehren. Für den Trainersohn war es der zweite Treffer in diesen Playoffs. Nach 10 Minuten kreuzte Asiago erstmals gefährlich vor Metzaba auf, doch dieser blieb gegen Lane Ulmer und Michael Henrich Sieger. Eine Minute später prüfte Federico Benetti den aufmerksamen Bozner Torhüter, während Marco Rossi im Nachschuss kläglich vergab. Der Ausgleich lag in der Luft und fiel dann auch. Nick Plastino bediente Ulmer, der mit einem herrlichen Querpass Michael Henrich freispielte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und drückte zum 1 zu 1 ein. In der Wiederholung noch einmal die herrliche Buchstaffette, die der Ältere der beiden Henrich-Brüder nach 14 Minuten und 39 Sekunden erfolgreich zum Ausgleich abschloss. Kurz vor der ersten Drittelsirene hätten die Gäste sogar in Führung gehen können, als Ralf Intranuovo für Michael Henrich auflegte. Doch dieser konnte den Buch nicht im Bozner Torhüter unterbringen. Nach 20 ausgeglichenen Minuten stand es 1 zu 1 unentschieden. Sofort nach Wiederbeginn ließ Michael Henrich seinen letztjährigen Teamkollegen Mika Lechtin entstehen, konnte Zawa aber nicht bezwingen. Praktisch im Gegenzug spazierte Colton Fretter durch die gegnerische Abwehr. Seinen Schuss konnte Daniel Bellissimo nicht festhalten und Plastino kratzte die Hartgummischeibe von der Linie. Bozen blieb am Drücker. Über Stefan Zisser und Anton Bernhard kam der Buch zu Christian Walcher, der Bellissimo zu einem Glanzreflex zwang. Nach einer weiteren Bozener Chance durch Danny Oermen ging der HC Bozen zum zweiten Mal in Führung. Oermen schüttelte auf der rechten Seite Michele Stratzabosco ab, spielte scharf zur Mitte, wo Mike Sosa zum 2 zu 1 abstaubte. Bei diesem Gegentreffer stimmte die Zuordnung in der Asiago-Abwehr nicht und Sosa ließ sich nach 25 Minuten und 29 Sekunden für seinen fünften Treffer im achten Playoffspiel von seinen Mitspielern feiern. Keine drei Minuten später stand es bereits 3 zu 1. Lehn Ulmer hütete die Strafbank, als Fretter für Alexander Ecker auflegte, der von der blauen Linie die Lücke fand und Goalie Bellissimo zum dritten Mal das Nachsehen gab. Der Bozener Kapitän grönte bei Hälfte des Spiels seine überragende Vorstellung mit dem zweiten Powerplay-Tor an diesem Abend und sorgte frühzeitig für klare Verhältnisse. Wenig später brannte es vor dem Asiago-Tor erneut lichterloh, als Marco Insam frei zum Schuss kam, dieser aber zu hoch ausfiel. Auf der anderen Seite machte Michael Heinrich alles alleine und wurde abgeblockt, doch der freistehende Ralf Intranuovo konnte kein Kapital daraus schlagen. Die letzte Chance vor dem zweiten Seitenwechsel fand Mike Sousa vor, doch Bellissimo machte den Diagonalschuss mit der Fanghand zunichte. So stand es nach 40 Minuten 3 zu 1 für den entfesselt ausspielenden HC Bozen. Das dritte Drittel begann mit einem zaghaften Angriff der Gäste, doch Nicola Tesari und Michele Estevan konnten den Puck nicht im Bozener Tor unterbringen. Die Bozener Angreifer machten es danach besser. Nach einem schnellen Angriff über Red Gordon und Marco Insam kam Giulio Scandella frei zum Schuss und drückte trocken zum 4 zu 1 ein. Daniel Bellissimo hatte gegen den Schuss, der unter der Querlatte einschlug, keine Abwehrmöglichkeit. Die Gegenwehr von Asiago war nun endgültig gebrochen. Nach einem Vorstoß von Sousa fand Colton Fretter in Bellissimo seinen Meister. Dieser musste sich aber wenig später zum fünften Mal geschlagen geben. Stefan Zisser schickte Anton Bernhardt auf die Reise. Dieser zündete den Turbo, bremste vor dem Tor ab, traf zuerst den Pfosten und schob dann zum 5 zu 1 ein. Das Tor erinnerte an Spiel 1, als Michael Henrich beim 4 zu 1 Sieg einen ähnlichen Treffer erzielt hatte. Und weil es so schön war, hier noch einmal. Als Danny Oehrmann auf der Strafbank saß, bediente Adam Henrich vor dem Tor Len Ulmer, der Zaba aber nicht bezwingen konnte. Auf der anderen Seite zeigten die Weissroten dann, wie es geht. Alexander Ecker spielte zu Anton Bernhardt, der zu Stefan Zisser weiterleitete und dieser erhöhte auf 6 zu 1, wobei Torhüter Daniel Bellissimo nicht schuldlos war. In der 55. Minute war das Tennis-Ergebnis von 6 zu 1 im Trockenen. Drei Minuten vor Schluss hätte Ralf Intranuovo noch Ergebniskosmetik betreiben können. Doch es blieb beim überaus verdienten Potsner 6 zu 1 Sieg. Der Rekordmeister führt damit in der Best-of-7-Serie mit 3 zu 1 und hat jetzt drei Matchbooks zur Verfügung. Ich glaube, das war eine Generalprobe für uns. Wir haben heute gewinnt, um den Sieg von Donnerstick zu bestätigen. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut gespielt, besonders im dritten Drittel. Im zweiten Drittel ist es ein bisschen auf und tot gegangen, es ist ein bisschen in Krise gegangen. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verkauft und es hat den Zuschauern sich auch gefallen, dass es ein Zollreich gekommen ist. Ich muss sagen, unser System zurzeit funktioniert es wirklich. Aber hauptsächlich glaube ich einfach, dass wir einfach drei Linien, die konstant spielen können. Und sie haben es auch nicht. Sie haben wirklich zwei gute Linien, aber die werden müde. Wir haben drei Spiele, den sechs Toten gehabt und das spielen sie einfach. Sie haben vier Verteiliger hin, die sind am Ende des Spiels eigentlich fast nicht mehr verstanden. Genauso wie Stürmer, die werden müde. Und ich glaube einfach, dass wir einfach in kreiserem Kaderraum drei Linien, was konstant spielen können. Dem HC Bozlo fehlt also ein Sieg, um ins Endspiel aufzusteigen. In diesem Endspiel ist bereits der HC Pustertal und zwar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Die Pusterer haben Walpelitsche mit 4 zu 0 Siegen aus dem Bewerb geworfen. Hatten auch ein bisschen Glück, aber sie haben das letzte Spiel dann am Samstag in Tore Pellitsche mit 4 zu 3 Toren für sich entscheiden können. Die Wölfe nutzten den ersten Matchball und schonen damit ihre Kräfte für das Finale, das in einer Woche beginnen wird. Dabei begann die Partie alles andere als optimal, denn in Führung ging Gastgeber Walpelitsche. Pettianone erwischte Stromberg nach 13 Minuten 5 Sekunden eiskalt zwischen den Beinschonern. Nach dem Seitenwechselglich nähte Casmero in Überzahl aus. Als Martinelli auf der Strafbank saß, brachte Pustertals Nummer 29 den Puck zum Jubel der mitgereisten Fans im Tor unter. Tagertesmet war es, der für die Gäste dann sogar auf 2 zu 1 erhöhte. Mit einem Schuss ins Kurzeck ließ er Kevin Reagan keine Chance und dundelte den Gästetorhüter. Doch noch vor dem neuerlichen Seitenwechsel sorgte Aquino für gleiche Verhältnisse. In Überzahl stocherte er den Puck nach 37 Minuten und 16 Sekunden ins Netz. Im Schlussdrittel waren keine 4 Minuten gespielt, als Ryan Martinelli die Biemontesen im Hexenkessel vor 2440 Zuschauern in Führung brachte. Einen Schuss von Bozzi konnte Stromberg noch abwehren, denn Abpraller bekamen die Busterer Verteidiger nicht aus der Gefahrenzone und Martinelli schoss zum 3 zu 2 ein. Nur 20 Sekunden später war Armin Helfer zur Stelle und glich nach Zuspiel von Patrick Borna zum 3 zu 3 aus. Beide Teams spielten nun mit offenem Visier, doch der HCP hatte das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite und erzielte knapp 3 Minuten vor Schluss den viel umjubelten Siegtreffer. Armin Hofer bezwang Reagan mit einem satten Schuss über der Schulter. Danach kannte der Jubel beim HC Pustertal keine Grenzen. In der zweiten Liga, da stehen hingegen schon beide Finalisten fest. Wir waren bei einem Spiel und zwar in Grönen und zwar beim Spiel der Gastgeber gegen Mailand. Der HC Grönen nutzte zu Hause die erste Chance ins Endspiel der Serie A2 einzuziehen. Über 1400 Zuschauer wollten sich im Wolkenstein dieses Spiel nicht entgehen lassen. Die Mannschaft von Ron Iverny ist ja vor eigenem Publikum seit fast fünf Monaten ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage musste sie am 29. Oktober gegen Neumarkt einstecken. Damals verloren die Ladiner 3 zu 5. Grönen im weißen Trikot trat ohne den Schweden Patrick Wallenberg an. Dafür spielte sein Landsmann Magnus Eriksson im Tor. Der Mailänder Trainer Massimo Derin musste hingegen auf Gianluca Tomasello verzichten. So wie auf den Slowaken Andrej, der sich in Spiel 4 verletzt hat. In der dritten Minute ging Grönen in Führung. Greg Watson setzte sich beim Bulli durch. Die Scheibe kam zu Jamie Schafsma, der mit einem Rückhandschlag das 1 zu 0 für die Hausherren besorgte. Für den 27-jährigen holländischen Nationalspieler war es das neunte Playoff-Tour, das 27. in dieser Meisterschaft. Auch nach dem Führungstreffer griff Grönen weiter an. Peter Stimpfel verlor in der siebten Minute leichtsinnig den Buck in der eigenen Abwehr. Schafsma reagierte schnell, schoss aber daneben vorbei. Gleich darauf hatte der Gröner Stürmer eine weitere gute Chance. Burrassa spazierte durch die Abwehr der Gäste, spielte Schafsma frei, der knapp daneben schoss. Zwei Minuten vor der Pause war erneut Burrassa im Scheibenbesitz. Sein Zuspiel in die Mitte. Schafsma verfehlte, aber Greg Watson war an Ort und Stelle und bezwang Lella Bella. Die Gröner Spieler jubelten bereits, doch der Schiedsrichter annullierte den Treffer. Watson soll im Torraum gestanden sein, die Wiederholung zeigt aber deutlich, dass der Treffer regulär war. Watson stand mit beiden Füßen außerhalb des Torraums. So bliebe es nach 20 Minuten bei der knappen 1 zu 0 Führung der Gastgeber. Auch das Mitteldrittel begann mit dem HC Grönen im Angriff. Lella Bella hielt, wenn auch mit Schwierigkeiten, den Schuss von Julian Mascherin von der blauen Linie. In der 22. Minute saß Beruzzo auf der Strafbank. Gröden erhöhte in Überzahl den Druck. Der herrliche Pass von Burrassa zu Greg Watson. Lella Bella wehrte mit einer Glanzparade ab. Vier Minuten später waren die Gröner sogar zu fünf gegen nur drei Mailänder. Greg Watson bekam den Puck von Schafsma. Dieser leitete zu Benjamin Kostner weiter, aber wieder rettete Lella Bella seine Mannschaft. In der 30. Minute erhöhten die Gröner, die das Spiel klar dominierten, auf 2 zu 0. Ivan Demetsch spielte mit einem Traumpass Benjamin Kostner frei, wo dieser ließ sich nicht zweimal bitten und bezwang der Lella Bella zwischen den Beinschonern. Das zweite Playoff-Tor des 22-jährigen Stürmers in der Wiederholung der herrliche Pass und der Fehler des Mailänder Torhüters. Nach 40 Minuten führten die Ladiner 2 zu 0. Der Vorsprung hätte aber noch viel höher ausfallen können. In der 42. Minute traf erneut Gröden. Peter Stimpfel saß auf der Strafbank, Benjamin Bregenzer zu Burrassa, der zum 3 zu 0 erhöhte. Für Jared Burrassa war es das sechste Tor im siebten Playoff-Spiel. Mit diesem platzierten Schuss bezwang er Lella Bella im Kasten der Mailänder. Nur drei Minuten später waren die Gastgeber erneut in Überzahl. Burrassa holte sich den Puck in der eigenen Abwehr, lief ungestört auf das Tor von Lella Bella und erzielte das 4 zu 0. Damit war die Begegnung wohl besiegelt. In der Wiederholung sieht man, wie viel Platz Burrassa hatte. Nicht zu vergessen, Mailand war in Unterzahl, verteidigte aber nur mit einem einzigen Spieler. In der 47. Minute waren die Grüner wieder mit einem Mann mehr auf den Eis und zum dritten Mal klingelte es im Tor von Lella Bella. Schafsma zu Kevin Senona. Der Abpraller kommt erneut zum Holländer. Das 5 zu 0. Der zweite Treffer an diesem Abend für Jamie Schafsma. Paolo de la Bella hatte genug und räumte seinen Platz für Mattia May. Das Spiel war gelaufen. Mailand steckte auf. In der Schlussminute hatten die Gäste zwar noch eine Gelegenheit mit Milan Kosturek, der aber zweimal an Eriksson scheiterte. Es blieb beim 5 zu 0. Grün steht wie im Vorjahr im Finale der Serie A2. Vor zwölf Monaten scheiterten die Grünen an Eppern. Diesmal spielen sie gegen Sterzing. Mailand kann hingegen bereits den Sommerurlaub planen. Gegen Sterzing wäre es sicher nicht schwierig, nicht leicht zu werden, weil gegen sie haben wir uns alle eher schwer getan. Es ist immer ein Kampf gewesen. Aber wir sind voll motiviert und hoffen, dass es höher klappen wird. Die Sterzinger setzten sich ebenfalls mit 4 zu 1 Siegen gegen Kalter durch das Finale in der zweiten Liga. Das beginnt dann am kommenden Freitag. Das erste Spiel wird Grün zu Hause bestreiten. Am Sonntag dann Spiel 2 des Finals in Sterzing. Wir werden natürlich ausführlich berichten. Es geht ja aber bereits im Eishockey morgen Dienstag weiter. Und zwar mit der Begegnung Asiago gegen Bozo. Wir bedanken uns für das Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.